Ja, wenn die sind... Das war nix. Du warst zu schnell dran. Ich würd dir ja fast sagen, hier holt sich einer einen Strike, wenn der ein oder andere das macht. Aber die macht das grad beide so schnell. Was war denn bei den Gymies denn? Ey komm, ich hab mich eben angestellt. Boah. Handy-Challenge hat mir gefallen. Boah, vor allen Dingen eben, guck mal, wie lange ihr oben probiert habt und ich hab's nur mit einem Mal angemacht. Yo! Boah. Ach Gott. Weißt du, dann stehst du oben auf der Leiter drauf und musst wieder runter auf die Leiter. So, jetzt ist bis zum Checkpoint nicht mehr schwer. Da kacke ich hier das drauf. Kommt nur noch die letzte Leiter, da musst du aufpassen, aber das weißt du wie es geht. Das ist das gleiche wie hier vorne. Jawoll. Also Sammy hat schon mal einen Mini-Checkpoint, fall bloß nicht wieder ganz nach unten. Ne, der Rest ist einfach, der hier oben kommt. Ich hab mich nur mal ein bisschen angestellt. Ich hab da grad sowas grünes, scharfes im Kopf. Samuel hat's gemacht. Nein. Den und drei. Ich hab's wirklich gemacht. Geil. Weißt du, das Problem, das Problem, was ich hab, ich häng jetzt hier auf der Leiter drauf. So, dann komm jetzt hier rüber. Weil der irgendwie blockt. Warte. Oh, ist das ein Gefühl, ey. Wie die Scheiße gemacht. Du bist gesneakt, du lässt das gesneaktte los. Ja, und dann? Gehst, warte, ich hab's grad, ja, ich weiß wie ich's mach. Aber wenn man's einmal raus hat, wenn man's einmal raus hat, ist es wirklich nicht so schwer. Ja, das ist das einzige Problem, was ich hab. So, du bist gesneakt, guckst gerade nach vorne. Jetzt lässt du die Sneaktaste los. Gehst nach rechts. Nach links. Ja, nach links. Drückst nach vorne, nach rechts und dann Shift. Sofort wieder Shift drücken, dass du dich festpackst. Nach vorne und nach rechts und direkt wieder Shift. Ja, genau so. Ganz einfach. Das ist fast wie der hier. Ja. Ja, hier hab ich ja wieder dasselbe Problem. Ja, das ist genau das gleiche. Siehste? Jetzt obendrauf rüberspringen. Ah, jetzt macht der den. Jetzt haben wir dem so viel verraten. Ich mach dir das easy. Na gut, der Junge hat ja auch schon einen Strike, ne? Ja, aber ich würde den trotzdem gerne Wasabi essen sehen. Boah. Ja, besser als ich. Oh, Krampf, Krampf in Hand, oh. So, warte, jetzt hab ich noch einen. So, kommst du. Ja, ja. Jetzt musst du hier hoch. Ach fuck, das hat er sag mal doch schon gemacht. Ja, natürlich. Du hast jetzt den Mini-Checkpoint. Kannst du mal, wenn du dich nicht ganz doof anstellst, nicht bis ganz nach unten fallen. Wenn du das jetzt schaffst. Ja, jetzt macht er das. Ach shit. Erster Versuch. Der hat noch Teilversuche, der macht das auf jeden Fall. Ja, ja. Hier oben, das ist nicht mehr unten, das war die Schlüsselstelle für ihn. Ja. Und so was von Schlüsselstelle. Ach shit. Bin ich hier wieder nach oben gekommen, shit. Ja. Jetzt musst du woppeln. Ein bisschen. Ah, was war das so? Was ist los? Ich glaube, das ist ganz nach unten. Ja, da häng ich eben genauso, Julian, ne? Ja, ja. Ich hab mich langsam so. Ich hab da auch zweimal verkackt, aber ich hatte ja die Zeit, was ist los? Dass ich hier oben schon als erster war. Ne, hier oben, das hab ich ja in einem Durchlauf geschafft. Oh. Letzter, ne? Last try. Letzter Versuch. Was ist scheiß. Oh, du warst doch erst. Boah. Was ist los heute mit dir? Ich weiß es nicht. Heute ist es nicht gut. Das hat nichts mit dem Tag zu tun, da schwank... Oh. Hier, zweiter. Zweiter Strike. Das ist bei jeder Aufgabe, bei jedem unterschiedlich. Ja, ist gut. Das hat nichts mit dem Tag zu tun. Naja, sehen wir jetzt bei der nächsten gleich. So, spielen wir das ändern. Müssen wir jetzt hier außen auf den Soul Sand? Hoa hoa ha. Seid ihr soweit? Okay. Auf Soul Sand bist du langsam, gell? Ich wollte euch nur mal sagen. Ach du Scheiß, man ist so richtig langsam. Kann man sprinten? Nicht so wirklich, habe ich das Gefühl. Doch, kann man. Nein. Nein. Ah, das ist alles noch easy. Mann, ich muss hier einfach die Technik annehmen, dann kommst du da easy voran. Ach du Scheiße, der eine Sprung hier ist so ultra weit. Du warst doch schon fast oben. Ja. Ja, der ist ultra weit. Den habe ich gerade verkackt. Boah. Es gibt sogar Doppelsprung hier drauf. Hast du das gesehen gerade? Nein. Okay. Warte, pass auf. Fähig zu mir. Ja. Aber dabei geht es nicht hier unten ging es aber. Oh. Hier oben der, wo ich jetzt stehe, der ist ultra weit. Wie komme ich denn wieder in die Challenge rein? Na, mach Game World schnell. Ja, wir haben den Checkpoint nicht aufgemacht. Mach mal gerade einen in den Checkpoint wieder auf. Hier ist doch ein Checkpoint. Hier unten ist noch einer. Ach so. Den kann ich gar nicht aufmachen. Den einen kriegt man nicht hin. Der ist so ultra weit. Hier ist kein Hebel. Okay. Nee, ich bin ganz runter gefallen. Das gibt es nicht. Die ganze Seite liegt da oben, ey. So, ich mach das jetzt. Geh nicht. Hast du recht. Oh, der ist ein bisschen komisch, der Sprung. Der hier noch nicht, der ist noch easy. Nein. Der hier ist auch noch easy. Ich bin am gleichen abgekackt. Ich stehe hinterher gesprungen. Der hier. Der, wo ich jetzt stehe, den kriege ich nicht hin. Der ist unfassbar schwierig. Guck mal hier, das macht der jetzt voll easy, ey. Sag mal, ich kenn dir. Ich spring immer wieder drüber. Wo musst du jetzt hin? Da hinten hin. Alter. Ja. Das ist ultra weit und ultra schwierig. Da musst du wirklich im aller aller letzten Moment abspringen. Das sind vier Felder, oder? Ne, drei Felder. Vier Felder wäre fast unmachbar. Ne. Vier Felder ist unmachbar. Ist wieder runtergefallen. Aber nur bis zum Sam. So Sam. Jetzt mach's. Ich guck von hinten hin. Wohin muss ich? Rüber auf den Netherrack. Der ist ja einfach, Tom. Ja, ja. Das ist einfach. Lass dich vor. Lass dich vor. Lass dich vor. Ja, ich mach das jetzt. Lass dich vor. 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 Geh nicht. vault lassggibe Nazisack. Trinkt ja nicht. Hier hinkomme ich jedes Mal. Nein, ich habe gedacht. Ich jetzt geschaffen. Ich habe zu früh gesneakt und bin runtergefallen. Schon wieder? Oh, ich bin schon wieder drin. die hoch geht jedes mal gut aber dann hoch geht nicht jedes mal gut bei mir ich hab schon alter mit deinem hat ihn gemacht ich glaube der macht richtig komplett gemacht ich habe jedes mal bleibt an der kante hängen was ist denn los mit mir ich verkacke ich will den noch mal probieren ja probieren bitte noch mal ich hab mir nämlich alles nicht bis ganz nah hin oder ein stück weiter vor du springst zu früh los das ist ein problem anlauf schick hier ja jetzt habe ich ab hier ist machbar absolut nein ich bin jetzt konzentrieren mit sneaken arbeiten ja arzt macht deren drei bist du doch gerade hoch geflogen ich nein ja ich bin gesprungen ohne spaß kann es mich ja guck mal ob ich hauen kannst du siehst du ob ich im game und bin und unten stand nix stell dich in die ecke dann ja siehst du verkackt ach shit da verkackst du jetzt erstmal ohne fall was ist denn hier los kodenasche erster versuch erster versuch ihr habt nämlich ganz schön nervös gemacht ihr penner ich habe ja schon zwei stück von daher muss ich ja ein bisschen was machen easy peasy easy peasy da ist er nervös da ist er oh da ist er nervös ne oh weiter versuch locker leicht letzter versuch und da ist er hab ich unten zu langsam war ich zu langsam anfangen level 36 mini checkpoint muss ich nicht verstehen oder das ist genau das richtige für julian für mich auch das kann ich ja und alter wollte mich hier hat also hier nicht mehr mein zweiten definitiv das ist hart steht hier nur noch wo soll ich denn hierhin also hier kommt ein jeder sprung den werden wir niemals machen niemals 3 lang 1 nach rechts um die ecke jungs auf gott was mach ich denn hier nein nein ich bin zurückgelaufen ich kann ich den shit hier vorne noch mal machen voll und konzentriert hier dürften auch noch mal machen okay ja ich war noch nie weiter ich bin noch nie bis dahinten hingekommen wo ich jetzt stehe also ein weiter bin ja nicht gekommen ich weiß nicht wieso steht mir nicht im weg ja ich bin weitergekommen jetzt werde ich nervös mann ich war so weit dann mache ich den dummen fehler heute ist nicht alle tage wir kommen wieder keine frage hier werde ich richtig aggressiv bei fangen weil ich schon so weit war weiß ich war beim mini checkpoint und bin zurückgelaufen ja das nennt man ja einfach jetzt kann ich sogar hier vorne sehen schon jetzt bin ich gerade komplett raus wir sind alle gerade völlig raus ja ohne scheiß vor allem hier steht man sich auch die ganze zeit im weg das ist das schlimme daran campers ja das war mein sms